Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von S19More. Du bist dabei. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir wollen... Ja, jetzt geht's auf große Fahrt. Wir wollen nämlich hier einmal eine Runde Mischrationen zusammen baskeln. Ähm, dazu brauchen wir die Silage, dazu brauchen wir das Heu und eine Schaufel und überhaupt. Gucken, ob das Silo überhaupt dann hält, wenn es da reinregnet und so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Seasons Mod da auch noch die ein oder andere Überraschung für uns bereitet, nachdem wir ja schon einmal das Glück hatten, dass es uns da reingeplästert hat und da war ja auch alles Essig. Für Riesentrichter ist das eigentlich sicher jetzt erst. So. Heuballen kriegen wir, glaube ich, noch halbwegs ohne Verluste hin. Wobei, ist das im Seasons Mod anders? Muss man da Gras nehmen? Wäre möglich. Wir schauen mal. Ähm. Seasons Tiere. Steht aber nix. Versuchen wir es mal. Das ist natürlich mit dem anderen, mit dem anderen, ähm, Ladewagen war das besser. Da hätten wir jetzt einfach schön hier reinfahren können, seht ihr das? Und dann hätte das geklappt. Wir bauen bald einen Spieß, das ist ja nix für mich hier. Das sehe ich schon. So, wenn man den natürlich ein bisschen weiter auseinander, ich nehme an, ihr habt das in der letzten Folge schon in den Kommentaren geschrieben, aber wenn man natürlich ein bisschen weiter auseinander stehen lässt, vorne die Zinken, dann ist der überhaupt noch gut, kann man das sehen? Der Ballin, jawohl, 4000 Liter. Frisches, aromatisches Heu. Da brauchen wir eigentlich nur noch eine Schaufel, die haben wir nämlich, glaube ich, nicht. Die müssen wir doch mal eben beim Händler holen. Na. Oder meine Schaufel? Nee. Gut. Stellen wir den mal ab. Praktisch wäre eine 4000er Schaufel, wenn ich ehrlich bin. Tum, 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 tum. So, wir schauen mal. Anbau Greta. Anbau Greta. Dann brauchen wir eine fantastische Schaufel. Ähm, ja. So viel zu dem Thema. Ich bin mal wieder überfordert, weil ich es nicht für... Hier. So. Äh. Schaufel mit 940 Liter. Ja, da ist... Nee. So, hier hätten wir eine mit sie... 710. Silage-Schneidezange. Das klingt ja auch interessant. Haben wir auch noch nicht getestet. Dann war hier die ganzen... Ah, das... Das hier wäre cool. Oh. Damit das nicht so hässlich aussieht. Das geht ja gar nicht hier, ne? Wenn wir ehrlich sind. Sind wir ganz ehrlich. Sprechen wir offen miteinander. Wie wir es immer tun. Pass auf, dein Mann... Oh, das ist ja schön. Aber da haben wir nur leider Mistgabel. Rübenkorb. Ballenspieß. Ach komm. Das hier ist das Projekt, wo wir... Wo wir Dinge dieser Art machen wollen. Also machen wir diesem Projekt Dinge dieser Art. So, Ballen... Kriegen wir da einen Ballen mitgespießt? Ja, als Mistgabel. Ja, die Mistgabel ginge auch, ne? Statt die Schaufel. Aber die nimmt auch alles. Aber da geht mehr rein. Wir probieren das alles mal. So, dann müssen wir den hier mal kurz... Na? Ach so. Die Schaufel vorne geht nicht, aber der geht. Okay. Ja, und dann haben wir das nämlich wirklich schön stylisch. Es gefällt mir. So. Huch. Warum fahre ich immer hier... Ist da irgendwie so eine Magnetfeldlinie oder so? Dass man da irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? Warum habe ich nicht eher draufgekommen, mit dem schönen Frontlader das zu machen und dann so... Awesome. Das freut mich gerade wieder, dass ich es wieder rausgefunden habe. Ist wahrscheinlich auch für eine andere Maschine gewesen. Aber das ist die Gültner-Sachen. Ich weiß es nicht. Ich meinte nämlich, ein Pack gehabt zu haben. Und das könnte auch für die alten IACs gewesen sein. Die können wir auch nochmal ausprobieren. Und das erinnert mich jetzt wirklich dran, ne? Wie man dann mit dem alten Trecker sozusagen, den man auf der Stelle drehen konnte. Ich habe da des Öfteren ja schon drüber referenziert. Wobei das gerade auch sehr faszinierend ist, wie mir gerade so auffällt. Die Technik für die Anbaugeräte hat sich ja in den ganzen Jahren irgendwie nie geändert, ne? Das ist ja alte, weiß ich nicht, alter, 70 Jahre alte Trecker. Der hatte ganz normal die Hydraulik dran, so wie die jetzt für die aktuellen Maschinen funktioniert. Zapfwelle, wie sie funktioniert. Äh, hier, äh, äh, Hydraulik hinten, wie sie funktioniert. Ich weiß, ich habe zweimal Hydraulik gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Einmal die zum Anschließen der Maschinen. Und einmal die... Kann natürlich auch sein, dass wir die nachgerüstet haben, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und dann hatte die noch so eine Funktion... Hydraulik rauf, Hydraulik runter. Und dann könnte man die zwangsweise runter machen. Dann konntest du die ganzen Trecker mit hochheben. So stark war die, ne? Gut, diese alten Trecker waren ja auch nicht so schwer, ne? Wenn man mal guckt. So, der eine oder andere wollte ja auch mal wieder weitere Kameraeinstellungen haben. Die machen wir dann auch mal. Damit hier jeder auf seine Kosten kommt. Dann schauen wir mal, ob das jetzt passt hier. Und, äh, sie kennen mich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich würde natürlich jetzt außerordentlich gerne... Und das sieht aus, als wäre es dafür gemacht, ne? Äh, ich würde jetzt außerordentlich gerne alle... Schaufeln mitnehmen. Das Problem ist nur... Das wird nix. Dann nehmen wir mal lieber erstmal die größere und gucken, ob das damit geht. Oh. Hä? Was ist das denn? Hä? Der hakt hier nicht ein, oder was? Muss ich da... Muss ich da was sagen? Muss ich das irgendwie noch extra anhängen? Oder muss der einschnappen? Ja, was ist doch hier? Seht ihr das? Als wenn... Als wenn ich das hier jetzt irgendwie noch separat festmachen müsste. Ähm. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Zuklappen. Das ist ja komisch. Das wäre aber schade, wenn das jetzt nicht gehen würde. Geht da gar nichts hier vorn? Könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was ich da falsch mache? Da würde ich jetzt für dahin noch eine andere nehmen. Köck und Sohn. Da würde ich mal vielleicht mal Silage abschneide, Zange, Dunggabel, die kann auch alles. Und die normale Schaufel 940, dann würde ich die erstmal nehmen. Da kann man ja nicht allzu viel mit falsch machen. Nehmen wir mal hier dieses alte, auch so halb altes Güldner, Güldnerfarben. In der Hoffnung, dass es halbwegs passt. Naja. Na, gucken wir mal, ob das funktioniert. Geht auch weh. Das scheint irgendwie, äh, dann doch mit dem Arm zu tun zu haben. Obwohl der so super hier dran passt, sind die vielleicht nicht kompatibel oder so. Och, schade. Aber da muss ja dann trotzdem irgendwas im... Da muss ja dann trotzdem, müssen wir irgendwas haben, was dazu passt. Äh, falsch. So, Bars. Passt an den Güldner. Genau. So, passt an... Das Ding heißt, äh, Bars Typ 72. Und das hier passt an Bars Cut 3. 3, 3, 3. Das passt alles nicht. Haben wir denn noch mehr Sachen dann von der Marke? Ne. Ja, ist es wirklich rein optisch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hä? Das ist aber trotzdem irgendwie schade. Aber hier steht ja Bars Cut 3. Erdschaufel. Und das ist das einzige Teil, was wir vom Bars haben. Das muss also irgendwie ein Paket sein. Also irgendwie muss das gehen. Kann das vielleicht mit dem Menu und Attach zusammenhängen, dass er das nicht kann? Wäre das möglich? Kann ich aber auch nicht ausschalten. Aber dann wären aber die Sachen hier richtig, ne? Dann müssten die ja irgendwie dran passen. So, ankuppeln. Warte mal. Ballenspieß Cut 3. Und was sagt er hier? Was ich hier ankopple? Das ist aber was anderes. Oder muss ich den mit Manual Attach? Ich bin verwirrt. Ich kann den nicht. Kann hier rauf und runter. Das geht alles. Aber der pendelt hier durch. Als wenn er nicht richtig da dran wäre. Dann musst du normalerweise... So. Und dann muss der hier jetzt irgendwie... ...da fixiert werden. Aufheben, Folgeswerkzeug. Einsteigen, aussteigen. Ah. Ich glaube, diesen ganzen Trecker kann ich verschieben. Ja, das ist ja komisch. Geräte. Kann ich denn in einem anderen Gerät was stellen? Hier. Zugklappen, Abdeckung schließen. Das ist ja keine Abdeckung. Ähm. Das ist nur so direkt wie Schaufel. Ne. Gut. Ich versuche es mal rauszufinden. Ansonsten müssen wir mit den alten Schaufeln arbeiten. Das geht aber auch nicht. Die neuen Schaufeln geht das ja auch nicht. Versuche ich rauszufinden. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Was? Bis zum nächsten Mal.